Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Kassandra und in diesem ersten Teil zur Didaktik und Methodik geht es um deren grundlegende Definition. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Lisa. Lisa studiert an der Universität Münster Sport und befindet sich in der Vorlesung Fachdidaktische Konzepte bei Professor Neuber. Herr Neuber geht gerade auf die Differenz zwischen Didaktik im engen und weiten Sinn ein. Eine einheitliche Definition von Didaktik existiert bislang nicht. Für den Schulkontext definiert Hilbert Mayer in Anlehnung an Wolfgang Klafki Didaktik als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Wir könnten also auch von Didaktik als Wissenschaft vom Lehren und Lernen sprechen. Die Begriffe Lehren und Lernen gehen jedoch über die Schule hinaus und beziehen sich auf alle Felder im Bildungs- bzw. Ausbildungssystem und sogar darüber hinaus. Lehren und Lernen erfolgt unter anderem auch im Sportverein, im Kindergarten, im Elternhaus und sogar zwischen Gleichaltrigen. Wenn wir Didaktik für den Schulkontext bzw. die Schulfächer konkretisieren, könnten wir Didaktik als Wissenschaft von Unterricht und Unterrichten bezeichnen. Unterricht und Unterrichten sind ebenfalls zentrale Begriffe, auf die wir später eingehen werden. Was kann ich mir denn unter Didaktik als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens vorstellen? Um diese grobe Definition zu konkretisieren, ist es hilfreich, sich den Gegenstandsbereich von Didaktik näher anzuschauen. Die zentralen Entscheidungsdimensionen in Lehr- und Lernkontexten, wie zum Beispiel dem Unterricht, sind Ziele, Inhalte und Methoden. Sie antworten auf die drei zentralen Fragen nach dem Wozu, also den Zielen, dem Was, also den Inhalten und dem Wie, also Methoden, des Lehrens und Lernens. Üblicherweise werden das Wozu und das Was dem Bereich der Didaktik zugerechnet und das Wie der Methodik. Schauen wir uns das aber mal etwas genauer an. Dazu müssen wir zwischen Didaktik in einem weiten Sinn und einem engen Sinn unterscheiden, sowie uns den Begriff Methodik anschauen. Beginnen wir mit der Didaktik im engen Sinn. In einem vereinfachten Verständnis beschäftigt sich die Didaktik im engen Sinn mit dem Wozu, also den Zielen des Lehrens und Lernens und dem Was, also den Inhalten. Die Ziele und Inhalte des Unterrichts sind in den Richtlinien und Lehrplänen beschrieben. Die grundlegenden Ziele für den Unterricht im Allgemeinen und für den Sportunterricht im Speziellen sind in Form von Standards und Kompetenzerwartungen festgeschrieben. Die Inhalte sind ebenfalls in den Rahmenlehrplänen enthalten, auch wenn hier ein großer Spielraum existiert. Didaktik im engen Sinn befasst sich also erstens mit der Formulierung von anzustrebenden Zielen bzw. Kompetenzerwartungen. Zweitens wird ermittelt, welche Inhalte sinnvoll erscheinen, um diese Ziele zu erreichen. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie die Inhalte vermittelt werden können, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Und hier kommt die Methodik ins Spiel. Methodos ist griechisch und bedeutet so viel wie der Weg auf ein Ziel hin. Also beschäftigt sich die Methodik demnach mit der optimalen Vermittlung von Inhalten und schafft die Bedingungen dafür, um die angestrebten Kompetenzerwartungen zu erreichen. Methoden können damit als Handlungsformen verstanden werden, mit dem Lehrkräfte fachliche und überfachliche Ziele ansteuern können. Sie beschreiben also eine bestimmte Art und Weise des Vorgehens. Es existieren AutorInnen, die die Methodik in Methoden und Medien differenzieren. Sie stellen demnach ergänzend zur Frage, wie möchte ich etwas vermitteln, zusätzlich noch die Frage, womit möchte ich es vermitteln. Dies ist selbstverständlich möglich. Ich betrachte jedoch die Medien und damit das Womit als Teil der Methoden und differenziere daher lediglich nach Ziel, Inhalt und Methode. Methodische Entscheidungen im Allgemeinen und Medien im Speziellen betreffen damit das Wie des Lehrens und Lernens. Im Kontext von Schule und in Anlehnung an Dietrich Kurz verstehen wir unter Methoden also jenen Ausschnitt des Lehrerhandelns, der das Wie der Darbietung von Inhalten bzw. der Ansteuerung von Zielen des Unterrichts bzw. des Lehrens und Lernens betrifft. Zusammenfassend sind Methoden im Sportunterricht Handlungsformen, die von Sportlehrkräften eingesetzt werden, um den Unterricht zu steuern und ihre Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, sich mit den ausgewählten Bewegungsthemen auseinanderzusetzen und dadurch fachliche und überfachliche Ziele zu erreichen. In dieser Definition sind die zentralen Elemente von Didaktik im engen Sinn sowie von Methodik enthalten. Bei der Methodik geht es also um das Wie und damit um die Vorgehensweise. Anders ausgedrückt ist die Methodik der Weg über den Inhalt zum Ziel zu gelangen. Korrekt. Damit haben wir nun auch die Grundlagen für ein weites Verständnis von Didaktik gelegt. Didaktik im weiten Sinn betrachtet Methodik als Teilgebiet der Didaktik. Einfach ausgedrückt stellen Didaktik im engen Sinn plus Methodik die Didaktik im weiten Sinn dar. Didaktik im weiten Sinn beinhaltet also das Wozu, das Was und das Wie des Lehrens und Lernens beziehungsweise Unterrichtens. Im Alltagsgebrauch, wenn von Didaktik die Rede ist, wird meistens von Didaktik im weiten Sinn ausgegangen. Wichtig ist noch zu wissen, dass eine Wechselbeziehung zwischen Didaktik und Methodik beziehungsweise zwischen Ziel, Inhalt und Methode existiert oder anders formuliert. Ziele, Inhalte und Methoden müssen zusammenpassen. Die spezifischen Wechselwirkungen von Zielen, Inhalten und Methoden des Unterrichts werden Interdependenz oder Implikationszusammenhang genannt. Die Methodenentscheidungen hängen von der pädagogischen Ausrichtung beziehungsweise Zielsetzung des Unterrichts ab. In Anlehnung an den Doppelauftrag des Schulsports sowie die davon abgeleiteten fachdidaktischen Konzepte können wir nach einer objektorientierten und einer subjektorientierten Methodik unterscheiden. Dazu aber mehr in der Einheit zum geschlossenen und geöffneten Unterricht. Habe ich Sie richtig verstanden, dass ich mir zuerst die Ziele und Inhalte überlege und dann die Methode? Ganz so eindeutig können wir das nicht sagen. Es existieren unterschiedliche Standpunkte, wie Didaktik und Methodik zueinander stehen. Beim Berliner Modell sind Didaktik und Methodik gleichrangig. Demnach ist es egal, von welchem Ausgangspunkt Sie Ihre Unterrichtsplanung starten. Im Unterrichtsalltag können Sie also von einem spannenden Inhalt ausgehen, welchen Sie neu entdeckt haben. Das ist vollkommen legitim. Sie sollten sich jedoch darüber bewusst sein, welche Zielsetzungen Sie damit wie erreichen wollen. Stichwort Interdependenz von Zielen, Inhalten und Methoden. Die klassische bildungstheoretische Didaktik nach Klaffke geht dagegen von einem Primat der Didaktik gegenüber der Methodik aus. Das heißt, Methodenfragen werden nachgeordnet gegenüber Ziel- und Inhaltsfragen betrachtet. Zunächst werden die Ziele und Inhalte einer Unterrichtsstunde bestimmt und dann wird überlegt, auf welchem Weg sie vermittelt werden sollen. In diesem Ansatz müssen Ziele und Inhalte also geklärt sein, bevor methodische Entscheidungen getroffen werden. Natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass die Voraussetzungen der Lernenden, der Lehrenden und der Schule als Grundbedingungen beachtet werden müssen. Es muss also überprüft werden, ob unter anderem die motorischen Voraussetzungen der Lernenden oder die räumlichen und materiellen Bedingungen der Schule die gesetzten Ziele, Inhalte und Methoden erlauben. Darauf kommen wir aber bei den Modellen der Unterrichtsplanung zu sprechen. Den bisherigen Ausführungen zufolge lässt sich Didaktik definieren als praktische Lehre und theoretische Wissenschaft vom Lernen und Lehren in ihren Wechselbeziehungen sowie mit ihren Voraussetzungen und Bedingungen. Wollen Sie die zentralen Aussagen zum Thema Didaktik und Methodik nochmal zusammenfassen? Ich kann es versuchen. Wenn ich in meine Mitschriften schaue, habe ich folgende zentrale Aussagen. Hilbert Mayer definiert Didaktik als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens bzw. auf die Schule bezogen des Unterrichts und Unterrichtens. Wir sollten dabei noch die Voraussetzungen und Bedingungen von Lehrkräften, Lernenden und der Schule nicht außer Acht lassen. Zentrale Entscheidungsdimensionen in Lehr-Lernkontexten sind Ziele, Inhalte und Methoden. Didaktik im engen Sinn bezieht sich üblicherweise auf das Wozu und das Was, also auf die Ziele und Inhalte. Bei der Methodik geht es um das Wie. Didaktik im weiten Sinn impliziert dann die Didaktik im engen Sinn und Methodik, also das Wozu, das Was und das Wie. Klafki zufolge existiert ein Primat der Didaktik gegenüber der Methodik. Demnach sollten erst die Ziele und Inhalte geplant werden und dann die Methoden. Beim Berliner Modell sind Didaktik und Methodik dagegen gleichrangig. So oder so, entscheidend ist, dass Didaktik im engen Sinn und Methodik in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das heißt, Ziele, Inhalte und Methoden müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Hervorragend! Dann können wir gleich nach einer Pause zur Frage kommen, warum Didaktik und Methodik so wichtig für den Sportunterricht sind. Nun seid ihr an der Reihe. Beschreibt zunächst mit eigenen Worten, was mit Didaktik im weiten Sinn gemeint ist und erklärt dann, was Klafki mit dem Primat der Didaktik gegenüber der Methodik meint. Viel Freude und Erfolg! Vielen Dank!